Wir wollen jetzt etwas tun, was für eine Popband ziemlich ungewöhnlich ist. Wir wollen eine Opera aufführen, und zwar unsere Freedom Opera. Die Freedom Opera besteht aus mehreren Stücken, die durch Interludes oder andere Stücke zu einer Einheit verschmolzen worden sind. Wir haben sie Freedom Opera genannt, weil das Hauptthema dieser Opera die Freiheit ist. Die Frage, was ist Freiheit, wird beantwortet mit der Antwort, dass man frei sein kann, nur wenn man so ist, wie man sein muss. Nämlich zum Beispiel auch mit Bart, unter anderem. Also, Freedom Opera. Die Avertüre zu diesem Stück heißt Acapulco. Acapulco ist das Gegenstück gleichzeitig zu All Green. All Green ist ein Zustand, Acapulco ist das, Acapulco Gold vielmehr ist das, was dazu notwendig ist. Acapulco Gold. Acapulco Gold, ihr Haschköpfe. Hör mal auf mit den Klatschen dahinten, das stört uns, ja. Also, wenn er spricht, muss es total Ruhe sein. Ich meine, wenn Jesus spricht, muss es total Ruhe sein. Wenn Gott spricht, muss es Ruhe sein. Ich bin einbestanden, also, Kachel. Ihr könnt doch ruhig mitklatschen, wenn wir spielen, ja. Also, bitteschön, sieh aus, lach mit, ja, ist gut. Aber wenn Jesus spricht, bitte. Das Klatschen ist nicht nötig. Und außerdem wollen wir was ganz Neues bringen, das heißt ein Opel, ja. Ihr habt ihr ganze Leben ein, also kein Opel gehört, kein, kein Opel gehört. Ich kann nicht von Trammer nicht, ja. Vor allem so einen guten Trammer hast du noch nie erlebt. So. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, three, four. One, two, three, four. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. 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 BR 2018 The Witch. 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 The Witch.